Ist dieser Mann wirklich ein Mensch? Hat er Knochen? Oder handelt es sich hierbei um eine Gummipuppe? Wenn man dieses Video sieht, kann man nicht glauben, dass diese Szenen real sind. Es erinnert an einen Horrorfilm. So gelenkig, wie sich der junge Mann vor der Kamera bewegt, wirkt er fast schon wirbellos. Es sieht so aus, als ob es sich bei diesem Mann um einen sogenannten Schlangenmenschen handelt, der seinen Körper aufgrund des jahrelangen Trainings extrem biegen kann.